Arroco definiert die Sicherungstechnik im Bereich Höhenarbeiten und Klettersport neu. Wir führen als erste Firma Elektronik in Geräte gegen Absturz ein. Dadurch ist es möglich, alleine, ohne Sicherungspartner zu arbeiten bzw. zu klettern. Auch wenn die eigentliche Idee aus dem Sportklettern kommt, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass in der Industrie Bedarf herrscht. Stromversorger und Berufsgenossenschaften waren auf der Suche nach einer Lösung, um das Arbeiten am Mast sicherer zu machen. Mit unserem EPIC bieten wir diese Lösung. Das Arbeiten wird nicht nur sicherer, sondern auch effizienter. Für die Energieversorger bedeutet das sinkende Personalkosten und weniger Unfälle. Unser Gerät wird am Hochspannungsmasten befestigt, das Seil wird eingelegt und ab diesem Zeitpunkt ist der Kletterer vollautomatisiert gesichert. Zusätzlich trägt er eine Funkfernbedienung am Arm, mit der er mit dem Gerät kommunizieren kann. Dadurch ist es jederzeit möglich, zu stoppen bzw. die Bremse zu schließen und bequem Arbeiten zu verrichten. Ein Tastendruck auf Go entriegelt wieder die Bremse und es kann weitergeklettert werden. Sollte sich zu viel Schlappseil werden, ist es dem Kletterer über eine zusätzliche Taste möglich, das Seil straff zu ziehen. Diese Funktion ermöglicht auch ein sicheres Nachsteigen mit permanentem Seileinzug. Selbst das Abseilen vom Mast kann durch unser EPIC automatisch bei Tastendruck erfolgen. Sollte der Kletterer einmal stürzen, fängt ihn unser mehrfach redundantes Bremssystem ab. Dies funktioniert auch bei leerem Akku oder Komplettausfall der Elektronen. Es ist 100% sicher, akkubetrieben und tragbar und daher extrem flexibel. Letztes Jahr wurde unser EPIC von der Dekra auf Herz und Nieren geprüft und zertifiziert. Danach haben wir eine Kleinserie von 100 Stück produziert und an unseren Vertriebspartner ausgeliefert. Es gibt kein vergleichbares Konkurrenzprodukt und wird dank unseres Patents in Europa auch keines geben. Mit Skylotech haben wir den idealen Vertriebspartner für Industrie und Sport, um das EPIC in verschiedenen Branchen zu etablieren. In den nächsten fünf Jahren wollen wir uns in der Branche für Arbeitssicherheit und im Sportklettern einen Namen als Mechatronik-Experten machen. Wir wollen organisch wachsen und unseren Standort in München mit neuen Mitarbeitern für Entwicklung, Produktion und Tests weiter ausbauen. Die nächsten Schritte sind der Einstieg in die Serienproduktion, der Aufbau des internationalen Vertriebs und die ständige Weiterentwicklung des EPIC. Allein der Markt der Energieversorger hat mit über 300.000 Masten in Deutschland sehr großes Potenzial. Darüber hinaus lohnt sich für die meisten Industriekletterer die Verwendung unseres Produkts. Bei Arbeiten an Fassaden, auf Dächern, auch in Hochregallagern, auf Windkraftanlagen, in Containerhäfen und auf Ölbauplattformen. Alle diese Geschäftsfelder sind vielversprechend und warten darauf, von einem starken Vertrieb in ganz Europa erschlossen zu werden. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung von Investoren. Im Moment 3 4 5 3 5 6 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11